Noch einmal ein herzliches Willkommen an alle Aussteller, Autoren, Medienschaffenden und an die anwesenden Vertreter der Messe Essen. Ganz besonders möchte ich auch den Bürgermeister der Stadt Essen, Herrn Jelinek, willkommen heißen. Er wird heute Abend den Innovationspreis InnoSpiel vergeben, der den Blick auf Qualitäts- und Innovationsmerkmale eines Spielejahrgangs richtet. Es ist jetzt bereits drei Jahre her, dass wir zuletzt miteinander gefeiert haben. Drei Jahre, die es in sich hatten. Da war das Jahr 2020, in dem die Spiele nur digital stattfinden konnten. Und in dem wir innerhalb einer atemberaubenden kurzen Zeit von nur vier Monaten eine digitale Messe aus dem Boden gestampft haben, die am Ende recht erfolgreich war. Dann, im letzten Jahr, standen wir vor der Herausforderung nach dem langen Lockdown, als eine der ersten großen Publikumsmessen wieder an den Start zu gehen. Ständig änderten sich im Vorfeld die Vorgaben seitens der Politik. Und immer wieder aufs Neue hat unser kleines Team versucht, die Messe so vorzubereiten, dass sie auf jeden Fall stattfinden kann. Viele von Ihnen sind diesen langen und abenteuerlichen Weg mitgegangen, waren als Aussteller bei der Spieldigitaler präsent, haben im letzten Jahr großes Vertrauen in uns gesetzt und sind auch in diesem Jahr mit vollem Engagement dabei. Das ist in diesen außergewöhnlichen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Mitten in dieser Krise, dann haben sich die Mitglieder unseres kleinen Familienunternehmens zum Verkauf der Spiel an die Spielwarenmesse EG entschlossen. Dies war natürlich keine leichte Entscheidung. Ich bin nicht mehr die Jüngste, werde nächstes Jahr 60 Jahre alt. Mein Sohn Max, der maßgeblich an der Spieldigital mitgewirkt hat, hat noch Gott sei Dank viele andere Qualitäten und fing bereits im letzten Jahr damit an, seinen Lebensunterhalt ziemlich erfolgreich mit anderen Dingen zu bestreiten. Nun sind wir sehr, sehr froh, einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der die Spiel langfristig erfolgreich weiterentwickeln wird. Begonnen hat das alles vor 40 Jahren. Aus einem anfangs ganz kleinen Lesertreffen hat sich über all die Jahrzehnte die heute weltweit größte Messe für Gesellschaftsspiele entwickelt. Das war harte Arbeit, die aber immer sehr viel Freude bereitet hat. In diesen vier Jahrzehnten gab es einige Hürden zu überwinden. Da waren der Umzug von der Essener Volkshochschule in die Essener Messehallen, den es nicht nur organisatorisch, sondern vor allen Dingen auch finanziell zu stemmen galt. Geld hatten wir damals so gut wie gar keins. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich jeden Abend zur Bank fahren musste, um die täglichen Rechnungen, die wir für die Standmieten erstellt hatten, abzugeben. Damals gab Ravensburger Julius Ottemeier in Person Friedhelm Merz ein Darlehen von 15.000 D-Mark, ohne dass es uns heute wahrscheinlich nicht mehr geben würde. 1996 starb Friedhelm Merz. Von nun an trugen ich und meine Mutter die alleinige Verantwortung. Mir war damals mit meinen 33 Jahren nicht klar, welche Begehrlichkeiten durch Friedhelms Tod geweckt wurden und dass so manch einer an uns vorbei die Spiele übernehmen wollte. Heute möchte ich mich nach all den Jahrzehnten ganz, ganz herzlich bei Ernst Prohle bedanken, dem langjährigen Vorsitzenden der Fachgruppe Spiel, zwischenzeitlich Spiele Verlage e.V. Ich kann mich gut erinnern, wie ich 1996, dem Todesjahr von Friedhelm Merz, der drei Monate zuvor gestorben war, auf der Spiel saß und mich sonntags mit dem Abschlussbericht quälte. Endlich war er dann mal fertig und in diesem Moment klopft mir jemand auf die Schulter, reicht einen Zettel rein und sagt ziemlich autoritär, schreiben Sie das. Daraufhin ich, warum soll ich das denn schreiben? Es passte gar nicht zu meinem mühsam erarbeiteten Text. Daraufhin er, nicht willig mit mir zu diskutieren, Sie schreiben das jetzt, setzen Sie es halt drunter. Der Mann mit dem Zettel damals war Ernst Prohle. Auf dem Zettel stand, die Branche spricht den beiden Veranstalterinnen ihr vollstes Vertrauen aus. Dieser Satz machte der Spielewelt damals klar, hier wird nicht diskutiert. Wehe, es versucht noch einer, die Spiel zu übernehmen. Die Messe bleibt in den Händen von Rosemary Goy und Dominik Metzler. Lieber Herr Pohle, jetzt heul ich fast. Ich musste damals noch ein paar Jährchen älter werden, um wirklich zu begreifen, was Sie damals getan haben. Und ich möchte den heutigen Abend, auch im Namen meiner Mutter nutzen, um Ihnen einmal ganz, ganz öffentlich Danke dafür zu sagen. Danke für Ihr Vertrauen, danke für das über all die Jahrzehnte von Respekt und Freundschaft geprägte Verhältnis, das immer zwischen uns zweien geherrscht hat, auch wenn wir uns immer noch sitzen. Ich denke, wir haben Sie hoffentlich nicht enttäuscht. Und jetzt würde ich gerne Ihnen einen Riesenstrauß Blumen dafür geben, Herr Pohle. Kommen Sie doch einfach mal rauf. Vielen, vielen Dank. Dominik, sag mal jetzt in Ernst. Sag mal Dominik in Ernst. Haben wir nichts mehr zu lachen. Wie war Ihr Spruch immer? Also vielen Dank, Herr Pohle, für alles. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute noch mal gekommen sind. Vielen Dank, ja. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Pohle. Wir stellen Sie da mal den Wagen. So, und ihr wisst ja fast alle, wir sind halt, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, von der Spielwarenmesse dieses Jahr, Anfang des Jahres gekauft worden. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl damit. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass der Florian Hess auch ein paar Takte von der Spielwarenmesse dazu sagt. Ich bin jetzt durcheinander. Sagt was. Ja, ja. Mach's weiter. Ja, vielen Dank, liebe Dominik. Und guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Hess. Ich bin Vorstand bei der eben schon erwähnten Spielwarenmesse EG und seit Anfang Januar auch noch zusammen mit Dominik Metzler in der Geschäftsführung des Friedhelm Merz Verlags. Und ich freue mich natürlich sehr auf die bevorstehende Messe, die ich in diesem Jahr natürlich aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel sehen darf. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Heute früh haben wir genau von hier schon gemeinsam eine ziemlich erfolgreiche Pressekonferenz über die Bühne gebracht und war gut besucht. Danach wurde ich gefragt, weshalb wir uns als Spielwarenmesse denn an der Spiel beteiligt hätten. Nun, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, denn wenn man da unten in die Hallen schaut, dann geht einem als Spiel und wahlweise Spiel und Messemensch natürlich das Herz auf. Das ist einfach eine tolle Messe. Und ich kann Ihnen sagen, das wussten wir schon ganz schön lange. Wir haben die Messe natürlich schon lange besucht und wir waren ganz ehrlich ein bisschen neidisch auf Essen. Und auch ganz ehrfürchtig, ob der Leistung eines kleinen Veranstalterteams aus Bad Godesberg so etwas Großes, Großartiges auf die Beine zu stellen. Und naja gut, wir sind auch in der Spielwaren- und Spielewelt ganz gut vernetzt. Nicht zuletzt durch unsere Eigentümerstruktur. Wir gehören ja schließlich den Spielwarenherstellern, den Spieleverlagen. Also sind wir da auch wirklich ganz gut zu Hause in der Branche. Und so begab sich dann, wir bekamen also an einem Tag im letzten Jahr einen Tipp von einem unserer Mitglieder und Genossen, der schon lange auf der Spiel ausstellt. Und diese Dominik Metzler, die wir noch nicht so gut kannten, auch persönlich kannte. Und der hat uns dann gesagt, naja, ihr könnt ja mal da anklopfen und Interesse bekunden. Ich habe gesagt, getan. Also meine beiden Vorstandskollegen und ich haben uns dann vorgestellt, wie das letztes Jahr üblich war, natürlich virtuell per Teams. Hat aber trotzdem ganz gut geklappt. Wir waren uns von Anfang an zumindest nicht unsympathisch. Und dann folgte nach dem ersten virtuellen Treffen dann recht schnell ein Treffen in Bad Godesberg. Und dann haben wir uns auch schnell kennen und schätzen gelernt. Ja, wir, also meine Kollegen und ich und auch Dominik Metzler und ihr Team, machen alle wahnsinnig gerne Messen. Und wir sind auch in der Spiele- und Spielwarenbranche zu Hause. Und irgendwie kann man sagen, kam zusammen, was gut zusammenpasst. Und da ist jetzt auch kein Wettbewerb zwischen Essen und Nürnberg, sondern ich denke mal, das ist einfach eine Bereicherung und eine ganz gute Ergänzung. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Brettspiel-Spezialisten treffe und der sagt mir, naja, er geht lieber nach Essen als nach Nürnberg, dann ist das jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so schlimm. Gut, ein Jahr später sind wir sehr, sehr stolz natürlich, dass wir hier vor dem stehen, was mit Ihrer aller Hilfe entstanden ist. Und vielen Dank auch von meiner, von unserer Seite für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement hier zur Spiel 2022. In Zahlen haben wir 980 Aussteller aus 56 Ländern versammelt. Und die Spiel ist damit fast so groß wie vor Corona. Und vor Corona heißt in 2019, das war das absolute Rekordjahr. Außerdem haben wir 1800 Neuheiten am Start und ganz wichtig, ganz viele Spieltische aufgebaut und die warten nur darauf, in den nächsten Tagen bevölkert zu werden. Ja, ich bin froh und stolz, dass wir hier heute mit diesem guten Zwischenergebnis schon mal an den Start gehen können. Und an dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank an unser Team, an die Two-Women-Show, kann man sagen, in Bad Godesberg beim Friedhelm Merz Verlag und auch an alle die, die uns vor der Messe und jetzt natürlich auch noch während der Messe unterstützen. Also vielen herzlichen Dank an das Team des Friedhelm Merz Verlages. Gut, dann freue ich mich auf vier tolle Messetage, die vor uns liegen. Ich wünsche Ihnen und uns eine erfolgreiche Messe und erst einmal einen schönen Abend. Wir hatten die Rede noch mal kurzfristig so den Part ein bisschen geändert. Ich möchte mich ganz persönlich bei der Claudia Blöser bedanken. Wir haben nämlich wirklich dieses Jahr etwas Pech mit einer Mitarbeiterin gehabt. Wir haben die Messe eigentlich zusammen alleine gemacht dieses Jahr. Und das war, wie man sich vorstellen kann, eine Höchstleistung. Und Claudia hat kein Feierabend mehr gehabt, hat eigentlich auf alles verzichtet, damit das hier irgendwie jetzt stattfinden kann. Und das ist für eine Mitarbeiterin sicher nicht selbstverständlich. Und deswegen habe ich jetzt, wo ist denn der nächste Blumenstrauß? Claudia, vielen, 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 vielen Dank. Und die nächste, die jetzt ihren letzten Blumenstrauß von mir bekommt, weil sie nämlich nach dieser Spiel irgendwann auch in Rente geht, ist die Frau Appel. Frau Appel, ich glaube, alle Messen zusammen gemacht. Fehlte eine? Keine. Alle Messen irgendwie zusammen gemacht. Ich war sicher nicht immer einfach. Ich bin nämlich auch ein Nörgler, wenn irgendwie was nicht funktioniert und so. Und sie hat das alles stoisch ertragen. Und Frau Appel, auch da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für all die Jahrzehnte bedanken und wünsche Ihnen, wenn Sie jetzt in Ihrem wohlverdienten Ruhestand, das hört sich alles so komisch an, gehen irgendwie, dass Sie ganz viel Spaß noch am Leben haben. Und den nehmen Sie jetzt bitte auch nochmal hier. Also vielen Dank auch noch für die extra Blumen und Applaus. Vielen Dank an die Mitwirkenden und jetzt stehe nur mehr ich zwischen nicht dem Buffet, sondern dem Deutschen Spielepreis. Und deswegen geht es jetzt weiter und ich wünsche Ihnen und uns einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Applaus